Sie hören das Kulturradio vom RBB mit dem Konzert am Samstagabend. Auch bei den brandenburgischen Sommerkonzerten sind wir in diesem Jahr wieder mit unserem Aufnahmeteam dabei gewesen und haben am 22. Juli das Konzert des Winsbacher Knabenchores in der Wunderblutkirche St. Nikolai in Bad Wilsnack aufgenommen. Hören wir daraus zunächst die Kantate Gott fähret auf mit Jauchzen, Bachwerke Verzeichnis 43 von Johann Sebastian Bach. Die Solisten sind Magdalene Hara Sopran, Marie-Henriette Reinhold Alt, Christian Ratgeber Tenor und Julian Orlishausen Mariton. Außerdem singt der Winsbacher Knabenchor. Es begleiten die deutschen Kammervirtuosen und die Leitung hat Martin Lehmann. Applaus Applaus Musik 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 Es will der Höchste sich ein Siegsgebrenn bereiten, da die Gefängnisse ihr selbst gefangen fühlt. Ihr jauchzt ihm zu, wer es dir die Pusanen rühmt. Ihr gehrt ihm zur Seite, ist es nicht Gottes Heer, das seines Namens hehrt. Weil preisreich Kraft und Macht mit lauter Stimme singet und ihm und ewig ein Halleluja bringt. Musik Ja, tausend mal tausend begleiten den Wagen im König. Der König, der König, der König, der König, der König zu sagen. Ja, tausend mal tausend begleiten den Wagen im König. Der König, 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 der König Begleite den Wagen, dem König der Königelob singen zu sagen, was Erde und Himmel sich unter ihm spiegt und was er bezwunden gänzlich erliebt. Ja, tausendmal tausend, begleite den Wagen, dem König der Königelob singen zu sagen, dass Erde und Himmel sich unter ihm spiegt und was er bezwunden gänzlich erliebt. Und der Herr, nachdem er mit ihnen geredet hatte, war der aufgehobenen Himmel und sitze zur rechten Land Gottes. Und der Herr, nachdem er mit ihnen spiegt, und wie es der Königelob singen hat, die das dem Königelob singen hat, und wie es der Königelob singen hat, und wie es der Königelob singen hat. Und nehmt ihn wieder hier, zu dem er ihn gesendet Und nehmt ihn wieder, zu dem er ihn gesendet Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ihr Drohnen, mühet euch und setzt die Grenze auf, ihr Drohnen, mühet euch und setzt die Grenze auf, ihr Drohnen. Ihr Drohnen, mühet euch und setzt die Grenze, setzt die Grenze auf. Musik Nun ist die Stunde nah, da er die Grenze nimmt, vor tausend ungemacht. Ich stehe hier am Weg und schau ihm freudig nah. Musik Ich sehe schon im Geist, ich sehe schon im Geist. Ich sehe schon im Geist, ich sehe schon im Geist, wie er zu Gottes Rechten auf seine Feinde schmeißt. Musik 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 Du sollst deinem großen Sieg, denn du durch deinen Schiffen schliegst, den Wohlen hast dich preisen und dir neue Kreisen. Du sollst deinem großen Sieg, denn du durch deinen Schiffen schliegst, und das wird fliegen weit von mir und dies ja nie bis dringend. Du sollst deinem großen Sieg, denn du durch deinen Schiffen schliegst, und das wird fliegen weit von mir und dies ja nie bis dringend. Du sollst deinem großen Sieg, denn du durch deinen Schiffen schliegst, Die Interpreten unserer Konzertaufnahme am 22. Juli dieses Jahres waren Magdalene Haarer Sopran, Marie-Henriette Reinhold Alt, Christian Ratgeber Tenor, Julian Orlishausen Bariton, der Winsbacher Knabenchor und die Deutschen Kammervirtuosen Berlin, und die Leitung hatte Martin Lehmann. Nun spielt das Orchester in unserer Konzertaufnahme in der Wunderblutkirche in Bad Wilsnack die Orchestersuite Nr. 2 in H-Moll, Bachwerkeverzeichnis 1067 von Johann Sebastian Bach, die man als verstecktes Flötenkonzert verstehen kann. Das Flötensolo spielt Gergay Bordocki, seine Kollegen der Deutschen Kammervirtuosen Berlin unterstützen ihn. Die Leitung hat Martin Lehmann. Auf Wiedersehen! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Zwei, Herr, von uns vernehmt und deinem Geist, Heut die Nacht wachen, sei selbst unser Schicksal. Zwei, Herr, von uns vernehmt und deinem Geist, Lass uns ein Schlaf mit kurzen Gedanken Fröhlich aufmachen und um dir nicht reichen, Lass uns mit sich, denn unser Sturm uns dichter, Lass uns du, Herr, von uns vernehmt und deinem Geist, Das war's für heute. 1838, komponiert von Max Reger. Es sang der Winsbacher Knabenchor unter Leitung von Martin Lehmann. Mein Name ist Barbara Aschekowski. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.